Vor Ihnen steht ein BMW aus dem Baujahr 2006. Mit dem Dieselmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 5 Personen und ist mit einer Klimaautomatik, einem Bordcomputer und Zentralverriegelung ausgestattet. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017